Hallo bitte und bitte, ich mag auch ein lebender Weihnachtsbaum zu Hause. Es duftet dann so schön im ganzen Haus. Das Schmücken des Weihnachtsbaums macht uns auch immer viel Spaß und Freude. Leider haben wir es noch nicht geschmückt. Wir werden das erst am Heiligabend machen. Jedes Jahr kaufen wir auch eine Mistel, die ein Glück uns verheißt. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020